Wir zocken ein bisschen Arena, so. Kommt oder so, mit uns zocken will. Mit uns, so. Offensiv, weil ich ein paar Punkte will. und heute hier haben auch in der Zeit auf Deutsch 2500 wollen in der neue Liga aufsteigen naja bamm 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 wer ist da? ja du kannst mitmachen wenn du online kommst ja jup ich hab für mein Zeugnis 20€ PSN Karte bekommen deswegen hab ich den Skin hier da kommt ein Tricks geht noch mit und und hast du da in dein PC und 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 Ja 60. Ja. Bogey. Ja. Moin. Moin. Na, bin ich die wahre Schule. Äh. Sie hatten keine Schule. Und Pascal, hast ein scheiß Zeugnis. Nö. Welche Note hast du in Deutsch? Was? Welche Note du in Deutsch hast? Ne 3. Ich auch. Ich auch. In Mathe? Ne 2. Ich auch. Und du, Karl? Ich hab ne 3 Weiche mit dem Scheiße. Aber ich versteh auf ne 2,5, aber er hat mir ne 3 gegeben, deswegen. Geo. 1. 3. 3. Geschichte. 2. 2. Ich ja auch. Äh. Sport. 1. 2. Was gibt's noch für Fächer? Äh. Kunst. 2. 1. Du, Pascal? 1. 2. 3. 3. 2. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 4. skin backlink dazu kostenlos rette die welt für 20 euro das alles obwohl rette die welt alleine normal 40 kostet wenn du da anfang auf rett die welt ist da musst du einfach kaufen oder so was steht darf also da steht code einlösen und da drüber da ist das 20 euro rett die weltpaket zeugnis geld stimmt ja alle heftig geiler fettel fragt meine mutter optimiert 20 geholt ja aber sie dann kann ich nicht mehr mit euch zocken fortnight verstehst du und ich es geht so ich will es mir ist eigentlich nur holen wenig wegen ein freund er hat das nämlich damit kann ich mit ihr halt so geil wie bekommt man ein stein im wasser und er ist halt diese drei zacktrenner dann bekommst du die spitzhacke und ins können wir das gleich mal machen und gestern gekommen ja und wenn du bei im lady den mit aquaman ja und hast du schon ausprobiert geht nicht mein desktop kabel ist zu alt deswegen passt das nicht mit dem pc jetzt haben wir ein neues desktop kabel bestellt du weißt bestimmt nicht was das ist ich glaube ich weiß wo der strom so durchgeht oder das ist ja nicht eins dabei bei den pc nein wieso es ist beim bildschirm dabei ja ich habe ein ich habe mich so kommt von zögert doppelt ich kann mir eingeben macht er macht ihr mal den streamen hintergrund aus oder ton aus ein desktop kabel oder was ja ich habe uns glaube ich kannst mir mal ein foto schicken ganz warm nach der runde die da geil aus sind da viele leds dran an dem pc ja halt ein bisschen leuchtkram meine ich ich wollte mich so komischen so ein ekelhaften pc weil ich sowas leuchtend ist so ekelhaft finde das irritiert tripclub ja genau ja der funktion der funktion das wird keiner wissen aber warum muss ich mir so was schicken weiß ich denn nicht weil mir langweilig ist du bist 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 du mir brauchst du so einen müll nicht zu schicken und julian war dein zeugnis gut das sei als das letzte wie viele drei hast du drauf vier wunderschönen wunderschönen ich habe mich verlassen doch hat jemand die ich war die ganze gruppe gar nicht du hast ihn verlassen nein doch verlassen ich habe mich verlassen doch nein doch ich habe nicht verlassen warum muss ich dich gerade ich habe sich doch nicht ich habe eine ps4 karte herr warum hast du dir nicht den ax axteck axteck geholt oder diesen 20 euro für drei back links drei skins und ein ding aber das ist doch dein profil wird die profil bild auf whatsapp ist dein profil wird ich weiß dass mein profil wird ist ja suchte doch ein skin als profil mit dem auch hast das ist doch unlogisch und hast du mal just kids wieder gesehen wird sie ist bestimmt krank die vorzeit ja mit dem schluss gemacht die vorzeit ja mit dem schluss gemacht so ich habe zwei season 1 tänzer also wirklich diesen einzigen 1 und 1 diesen drei tanz und ansonsten sind die alle etwas neu aber noch mal hin jetzt ja noch eine lieben stopp dann sicher nicht Ai, go, take. Ai, no, you're not. Ai, my darling. Lorenz! Lorenz, Lorenz! Lorenz! Ento! ja, du nein, die reagiert nicht was? ich sag einmal, was ist denn in der Kaschma schon wieder runter? hey, was macht sie da? irgendwas wenn du auch jetzt gefahren hast, reagiert sie was, die kommt ja auch ich mach einen Stream ja wir haben wir zum baden kommen nein ich bin heute abend nicht da so heute abend ist er schlafabend ein bisschen stich hast du mich abonniert pascal also ganz schnell meine leute und herzlich willkommen zu einem neuen stück auf meinem kanal mit dabei ist jetzt und wo schlaft ihr da im wohnwagen im wohnwagen im bauwagen halt die friss jetzt schlag ich dich mit ziemlich schlagen ich hatte ein paar respekt schon bekommen die fritze so kann man jetzt hin ja leben noch sie leute das lebensbekommen im wohnwagen nicht im bau war du otto junge drauf wo es muss man noch mal für die menschen machen du musst bei korallen wo ist das korallen das ist bei der felsen das wird ich habe eine herausforderung was wenn man den dreizeck hat hat man auch aquaman oder was was ist die aufgabe bei sweaty wo man den dreizeck bekommt ist das gleiche bei sweaty sense nutze die eine angel um bei sweaty sense beute heil wasserski zu fahren das ist irgendwas anderes ist nicht die aufgabe ja ja nice was ist das schott braun ja gut Okay, guck mal, ich hab den schönsten Tanz aller Zeiten. Karl, machst du bereit? Den Täntern hab ich leider noch nicht. Hey, ich darf, wir spielen keine Arena. Nur nicht. Für Aufgaben-Arena. Natürlich. Aber natürlich. Na klar, einfach nur ganz gut, die Opfer fertig gemacht, denn... Jetzt bekommt er das Sterben, dann machst du schön 20 Minuspunkte. Warte, ich will mal einen anderen Schlitzers hinnehmen. Ich hab den 20 Minus. Ich hab den 20 Minus. Ich hab den 20 Minus. Ob der Reis genutzt hat. Na, Pascal, 10 Runden, da sind deine Punkte weg. Und immer gleich auf Finish gehen. Ja, ich weiß. Guck, wo rein? Ach so, Julian, ich wollte dir ein Foto schicken. Ja. Hm. Oh, Minus 20 Auer. Bei mir ist es Auer. Ich hab jetzt nur noch 74 Punkte. Ich hab noch 200. Warum gehen wir denn da hin, Alter? Egal. Wegen der Aufgabe. Wegen der Aufgabe. Hier, ich schickte jetzt einfach mal Fotos von den Anschlüssen, okay? Nicht von den Anschluss von den Gabel. Ja, von den Anschlüssen, ist doch genau dasselbe. Ne. Doch. Das hier ist so hart. Schick mir einfach ein Bild vom Kabel. Ja. Nein, da müssen irgendwo so ein Stein sein. Und da ist der Säbel, äh, der Dreizack drin. Und, ähm, du verkleidest sich direkt als Dingske. Als Dingske. Krieg ich auch gleich die Spitzsacke, oder was? Nö, die Spitzsacke kriegst du nicht hin. Ich hab dich in die Hand, aber du guckst in den Skin. Neu, Zah, Are. Oh, hier ist so Pebo. Mach doch mal auf, dass ich sehe, was das für ein Anschluss ist beim Kabel. Krieg den Lutrop hier. Oh, ne, da ist doch Ei. Da ist doch Ei. Da ist doch Ei. Da ist der Ei. Da ist der Ei. Ne, hier. Ne, ist da auch eins. Hier ist eins. Da gibt's mehr haben wir davon. Nein. Doch. Da hinten, wo ich markiert hab, ist auch noch so ein Ding. Hä, ich krieg ein Skin. Wenn du das komplett aufgefüllt hast. Ja, ich krieg ein Skin. Da versuch's mal hinten, bei dem was ich markiert habe. Mach hier nochmal. Ihr Botts, ihr müsst da hoch. Nein. Doch, da oben ist das doch, Junge. Ich hab das doch schon rausgeholt. Ich hab das doch schon rausgeholt aus deinem Stein. Wenn du kein Skin bekommen hast. Hier ist auch keiner. Ja. Ihr müsst da hoch, wo ich markiert habe. Nein, er hat sich ja schon rausgeholt. Du Botts. Du musst nach da hinten. Ne, der geht nicht, das geht nicht, Karl, das Kabel. Was muss da für einen dran? Das ist ein altes Kabel, da brauchst du einen Adapter. So, okay. Geh mich mal mit. Hä, wieso? Ja. Wo fahr' man jetzt hin? So, Karl. Nein, ihr müsst da hoch an das Ding da. Nein, ich hab doch die... Die Spitzhacker hab' ich doch schon. Du Opfer. Du Rotz. Kack. Arsch. Das kann sein, weil du bei Sweety noch nicht den Hai geangelt hast. Das könnte deswegen sein, Karl. Deswegen freu' ich ja jetzt noch so über die. Ich hab' den mythischen Hai für den goldenen. Für den. Ich suche jetzt hier ne Angel. So schwer ein Hai zu finden, das wäre die ganze Gleise an. Ah, zwar nicht auch keinen gefunden. Brüder, ich bring' den Hai mit. Ja. So, jetzt brauch' ich nur ne Angel. Bei wem bimmelt's gerade? Bei mir. Kannst du mir die Angel geben, oder? Hilfe! Auf, auf! Hier. Heu mal! Perfiere! Wenn die Gegner sieht, sief sofort zu El! Warte noch nicht töten! Hallo! Jongo, Pascal du Hunck. Hör nochmal auf Julian. Hör nochmal auf! PASCAL, kannst nicht ٢�ck anders. hör auf jetzt was geil sonst fliegst aus der gruppe haben wir ein ja hab ihn aber ich habe die nummer noch nicht dann tötet ihn wir töten den wir trotzdem die andere bei euch naja wir töten gerade den hai ich habe es kalt erst willst du töten und jetzt auch ja jetzt jeder sich die waffe schön weg macht jetzt mir ja wenigstens mal die skala sind oder so aber ich hab dir die augen gelassen ja es geht nicht gern mit aus wenn du mit Augen schmierst du auch? Labe ich lieber Borgé eine als Pascal. So, Borgé darfst mitspielen. Finde ich gut. Karl, Karl. Hier, Karl, komm mal mit. Karl, komm mal mit. Nimm ganz schnell auf. Was ist denn für eine Borgé? Ne Aug. Ne Aug. Ne Aug. Ja. Wer zeigt auch die Skau? Ich will das. He-He. ich war was wir müssten mal zu das opfer wenn man so unehrenhaft ist was nutzt das kabel da was du hast hast du passt was nutzt das was macht das so gesagt das überträgt die das bild vom pc auf den bildschirm ach so ja sowas habe ich hdmi anschluss dvdv mit hdmi adapter ja ich weiß ich habe so ein kabel ob ich aber nicht mehr dann schicken wir noch mal ein bild davon am kommentar bekommen stimmt von pascal jetzt ein bisschen für mich ja da vorne sind drei gegner nie ich bin einfach drum herum gehen ja hier lang verrückt nur kurz müssen wir nicht ins achterplatz werden so knapp an der zone entlang von da drüben ja bau 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 was ist ganz scheiße zu sein beim kampf ich kann gerade nicht und ich bin fast tot ich habe 5 hp ich habe 5 hp ja ich hätte sie doch schon einer bleibt ruhig ne doch nicht ja ist der low oder ne jetzt nicht mehr so geht so ja ja ich habe ihn einen fetten hit gegeben komm schon Pascal ver Hern aus fern was ist denn mit denen los So, jetzt in der Lobby. Ach, Karl Hof mit Montana Black 88. Was denn, ich bin das nicht. Ich bin das nicht, das ist Pascal der Wachsmann. Ich bin das nicht, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Ich bin das nicht, ich bin das nicht. Ich bin das nicht, ich bin das nicht. Ich brauche zwei HDMI-Anschlüsse. Hallo? Hallo, ich brauche aber einen DVI. Ist egal, Karl, wir haben den jetzt bestellt, ist gut. danke trotzdem lieber crea oder nee ich kann ja gleich wieder raus gehen ich muss bei dirty docks absolviere ein schwimmzeitrennen bei dirty docks macht ihr bitte macht ihr herausforderungen ja unbedingt arena spielen obwohl ich das quatsch bin ja ich glaube wollen wir party gehen weil ich mache auch herausforderungen aber öffentlich was ein scheiß montana warum wollen wir denn in party rein ich will mach doch bereit matteo irgendwie ich habe mal gesagt kompakt wir können dann macht du und zwei zuschauer neue rekord das nicht warten du bist es cool er ist nicht und zwei und zwei Matteo! Wir machen auch live stream, will ich nochmal sagen. Ja, wir sehen uns bestimmt noch. Ja, das... Hat die Runde schon begonnen? Nee. Ein Schwimmzeitrennen bei Dirty Docks. Dirty Docks ist auch da, wo ich markiert habe, ne? Ja, ist ganz easy. Hä, wieso haben wir jetzt doch Arena? Ist nicht Arena, es ist Anzeige Back. Ich habe wieder 20 Minus bekommen. Ja, Moin! Mega! Bei mir ist keine Arena. Du musst auch da vorne hören. Mit einem Boot oder was? Nee, nicht mit einem Boot. Du musst da schwimmen, aber ist easy. Du hast ganz viele Versuche dafür. Ja. Wieso haben wir dich gekickt, weil du... Ja. 61 Punkte lost. Ja, genau deswegen Pascal. Ja. Du hast da zwei hohen Mörder, so wie ich klappe halten. Da, wo diese komische Markierung aus dem Wasser kommt oder was? Ja. Wo muss ich dann hin? Ja, das musst du sehen. Weil ich auch nicht mal den Kopf. hier ist doch mach doch einfach wie viel zeit habe ich steht doch angst oder ich kaufe so eine halbe halbe minute komm hast du es geschafft jetzt habe ich einen ja jetzt muss ich meine waffe – – – – – – – mit wem hatte dir zu uns auch so mit der stadt an mann ja dann wäre ich habe gedacht ich sterbe an fallschirm Achso, ich komme jetzt mal zu dir. Ich habe hier noch geschnippt. Du oder was? Natürlich! Hedgehot. Oh, Alter. Hedgehot. Munition, aber egal. Was willst du? Ich will... Sag mir mal was. Sag mir mal was, der will von mir. Wäre denn, Pascal? Ja. Die Botsau. Den schmeißen wir aus dem Clan. Den Bot. Weil der so gut ist. Wow, aber trotzdem, der ist voll geil. Der kann gut bauen. Ja, ja. Ja, ja. Wir wollen ihn halt in Siegner bauen. Achso, du willst ja leveln. Was? Ich habe auch Bock auf Krese. Ja, wenn wir eine Munition brauchst, versagst du. Hm. Ich bräuchte ein bisschen Pumpen. Ja. Ja. Mir hat sie ein Stück. Danke. Ich bin der Präsidora. Ich bin der Präsidora. Erwürdiger Meister Karl. Wo hast du die? Was? Die... Moni? Da, wo ich markiert habe. Ja. Softex Call? Na du, ich habe auch welche. Continue. Das ist so ein Ding hier. Kriege ich die Kiste, die da noch ist. Okay. Das ist keine Kiste. Das ist so ein Ding hier. Und noch. Das ist eine Kiste. Nee, hier ist keine Kiste mehr. Das war hier unten. Dieses Kühlteil. Komm, gönnen wir das hier. Ja. So, also. Nee, warte, gönnen wir aus die Flosse. Gönnen wir aus die Flosse. Hä? Alter Junge. Gut. So, war da jetzt. Mal sehen, ob du bloß auch bekommst. Das war ja richtig geil. Wenn wir Kills machen. Wenn wir Kills machen. Und Adrian sein Zeugnis auch gut. Genau. Zeigte mir auch nicht. Warum? Auch noch. Ja. Na ja, sag, sag's was schlechtes oder was. Nö. Einfach weil es mir nicht zeigt. Hat jemand von euch aus der Klasse ne Vierofenzeugnis? Hm. Du. Wiele. Nö. Hast du ne bessere Art? Ja, als ne graue Seife. Oh, Junge. In dem Haus hat eine blaue Seife gelegen. Oh. Oh. Moin. Dann versuche ich mal hier mein Glück. Junge, hör auf. Oh, ich wär ein Lucky Sniper. Das seh nicht. Umdream. Oh. J Mainz hein broke rein, Johan. Ohuoh. Ich bin nur. Alleluia. Wie viel. Ohu Во... Hey부분. Ohuoh. heslima. Ohuu, diese istin. das war so schön die braue empfehlen spanien nur sagt den nicht behauptet ich nicht in der Masse hierher kommen haben wir sie abtreiben mal wieder wenn wir doch nicht mal ganzes Zeug weg ist eine aufgabe von auch so waren sich mit halb für mich 20 oder was bötchen von mancher lötchen hier vorne bild julian ich bin gefangen kannst du mir helfen in gefangenen bei felix sein zuhause guck hier ist weg sein zuhause danke hier kommt das hat er gleich da bleiben scheiße ist nicht mehr drin die wir machen noch videokonferenz in der regelschule und felix hat nur scheiße bei videokonferenz gemacht und das hat bei sie gefilmt und da hat der video in den status eingesetzt aber das ist leider nicht mehr drin das wollte ich dir jetzt schicken daher macht da die kamera und rein und so zeug und dann und dann macht er irgendwas mit seiner hand haut immer so irgendwie machte hoch und runter und so wie er hat wie ihr fatzge ist ja ein fatzge und kommen sie nächstes jahr in achte klasse oder wurde sie versetzt ich bin sitzen bleibe vorweiler du bleibst ich bin ich meine moni weg kann mir ein bisschen von dem wende willst habe ich alles und ich habe 50 stück bisschen es im netzkündig dringend ich habe ihn hier ja muss ein bisschen vorn vor allem doch nur so weit aber vor mir ja nicht alles weg ja auch ein bisschen Gegner kommen nicht tot es bleibt gerade ein auf mich von dahinten von hinten von dem berg da kommt noch welche von links abhauen abhauen ist angesagt zeigte jetzt wo die blaue scheife auch die scheiße kommen hier hoch nicht dass die uns neipen hier ist jetzt kommen kann man sich hier vor kämpfen komme tele einer ja ich habe kein absolut kein sie hat getroffen muss jetzt mittag essen und danach das adrian spielen auch ein body bot mit potzen hausen das war schon im stream auf wiedersehen meine freunde tschüssiii tschüssiii meine freunde tschüssi na teo wollen wir zusammen zocken naja können wir machen was machst du da im Rumble wo muss man da reingehen dass man in Team Rumble reinkommen Ich habe mir das Paket gekauft. Ich habe mir das Paket gekauft. Weil ich für mein Zeugnis 20 Euro bekommen habe. Findest du den? Wie findest du den hier? Und diesen Schädel da. Ich habe mir das Paket gekauft. Ich habe mir das Paket gekauft. Ich habe mir das Paket gekauft. Es gibt gerade so ein Paket für Rettet die Welt. Gehen wir mal. Es gibt jetzt für Rettet die Welt so ein Paket für 20 Euro. Da gibt es einen Skill Rettet die Welt. 1000 Vibugs. Ich weiß. Ich weiß. Ich kenne das Paket. Das gibt es schon vor lange. Junge. Warum habe ich mir das nicht geholt? Aber ich würde dann eh kein Rettet die Welt so. Was ist? Ich würde dann eh keine Rettet die Welt so, nur für Aufgabenhalter. Dass man Vibugs bekommt. Ja, aber nur die, die ich schon früher gekauft habe, aber nicht jetzt. Jetzt kriegt man keine Vibugs mehr. Und die, glaube ich, habe ich gehört. Nein. Du bekommst doch noch Vibugs, wenn du kleine Aufgaben machst, zum Beispiel 100 Vibugs bekommst du dann so. Ja, meistens eher 50. Aber ja, kriegt man. Ich weiß. Ein Freund von mir hat mal 800 bekommen. Ein Freund von mir hat 5000 in einer Woche gemacht. Also 5000 Dings. Vibugs. Ja. Wollen wir hin? So die Yacht. Ja, die Yacht. Also ich lande nur kurz da und schwimme dazu. Ah, da ist ein XP-M und CG hole ich mir. Wo? Nein. Guck doch ins Etikett. Nein, das ist ein Designer-Spieg. Oh ja klar, 10 Schaden. 3 Schaden. So. Also hier drüben, das ist ein Schaden. das ist Trägen-Cliffs, ne? Ähm, ja. Ja. Ja, okay. Gut. Jetzt mal machen. Ne, Fische angeln muss man ja. Hier. Fünf Stück. So. 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 Jetzt ein only-er-angel. Ich brauch auch ne-angel. Angela Merkel. Angelo Mertel. So. Wer war denn vor Angelo Mertel, äh? Ich weiß nicht, aber... Kann das sein. Material ist noch ne XP-Marker. Ach, okay. Dann hol ich mir die erstmal an. Ja, der Hai macht hier Stress des Drohers. Da macht man ganz sauf kaputt, ja. Da hab ich mir... Und als er sagt, wenn du so was in die Schule... Ich? Ja, eine Stunde... Boah, Junge, der Hai macht Stress. Ja. Nein. Ah, fuck. Ich bin auch noch nicht. Nee. Ah, Alter. Das ist ein Goldener. Ja, ich bin auch. Ja, ich bin auch. Äh, ich hab ihn geholt. Go, Luke. Jetzt kommt hier noch ein anderer Goldener, Junge. Ich mach keinen Schaden, boah. Hast du ne Angel, Matteo? Nein, das ist ja. Ach, hier, glaub ich. Ja, genau! Genau! Nun, ne! Ich hab dich gerade Angeln gefühlt. Also, ja, zwei Angeln mindestens. Okay, wir müssen fünf Fische fangen. Okay, wir müssen fünf Fische fangen. Oh, ne. Ah, okay, ich mach das lieber an einer anderen Stelle. Ich hab' ich eine gesehen hier. Au, Mann! Ja, der Hai! Das ist jetzt ein Problem. Er nervt, er nervt, er nervt. Oh, er hat ne Aug ausgespuckt. Ja, also, ich würd' die Runde nicht mehr zu Ende spielen. Ich mach' die Aufgabe noch und dann würd' ich halt lieben. Ich hab' eine, Matteo, du hast sie nicht gesehen. Ja, hier ist auch einer. Also, hier bei mir ist auch einer. Ah, da hinten ist noch einer. Wir müssen aber noch unter die letzten zehn kommen. Achso, ja, fünf, danke. So, noch zwei. I can do it, yeah! Oh, ja, endlich. Weißt du, eine Angestelle ist? Ich hab' alle fünf Fische schon. Also, wir müssen mal gucken. Ähm, Swedish Hands. Ich weiß nicht, wollen wir da noch hin? Und die Kisten öffnen? Ich hab' die schon. Also, ja, ich muss noch drei, vier öffnen oder fünf. Oh, Mann, mir fehlt nur ein Fisch. Ich will dich mal. Stimmt. Hier ist grad'n Schlupfe schon da getroppt, ja. So, Aufgabe fertig. Neuer Aufstieg. Ich weiß, wie du Fortnite auf deinem Laptop spielen kannst. Oder andere Spiele auch noch. Also, entweder du lädst dir Steam runter. Also, Steam, ja, das ist halt auch kostenlos wie Spiele kostet. Macht Sinn. Oder du lädst, also kannst auch weites runterladen, äh, kannst dir Epic Games Launcher runterladen. Und da sind dann auch alle Epic Games in Ubisoft gespielt. Also auch, äh, Rainbow Sixth. Ich kann mich da aber auch anmelden, einfach, Matteo. Bei was? Na, einfach über die Epic Games Seite. Ja, ich weiß, aber dann hast du ja noch kein Fortnite, oder? Du hast nur ein Epic Konto. Nein, da kann man dann zocken. Ja, aber wenn du dir halt den Epic Games Launcher runterlässt, dann ist halt besser, weil... Du kannst halt da noch mehrere Spiele spielen. So wie Paladins, oder... Wenn du Geld bezahlen willst, halt Rainbow Sixth Age und so. halt Ubisoft und so spielen. Kostet ihr das Geld, das runterzuladen? Nee. Nein. Das ist genauso wie Steam. Und wen hast du vorhin gesagt? Ah, die scheiße Sauna, Alter. Ah! Ist noch so weit. Ja, deswegen schwimm ich, ja. Schwimm auch. Ist viel geiler. Also ist viel schneller. Ist viel geiler. Haha. Ja, die Runde noch. Die ist bald zu Ende, Mama. Die ist bald zu Ende, Mama. Noch eine XP Münze? Ah, wer schon. Ohne. 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 Ich bin aber eh schon unter den letzten 25 rege. Nein, so nicht. Doch. Ich bin noch 33 Leute. Ja, aber wie spielen Tumos. ja trotzdem sind wir gerade bei 30 wir müssen schon noch die medaille kriegen dass wir ja dass wir top platziert sind da vorne die gegner ignorieren wir ich kämpfe hier drinnen halt noch fünf leute ich finde die mucke von ihr tanzt so geil ja ja so nice ja von der astronautin das teil die astronautin ist mit dem level 100 das denn er wird auch ein bisschen ich bin den tanz hier schweiler der tanz ist nice Nein, jetzt komm her, eins gegen die Allenthalte Warum ist die Tanzscheiße? Wegen der Mucke Was geht denn da, Leute? Ja, okay, die Ignorieren Oder eher Ignorierter Wer brennt Wer brennt Wer brennt Wer brennt Wer brennt Reiner misker Schwimmen im Winter her Na, komm wir mal Ah, wie viel Schaden bekommen Ich, Digga Warum fährt er in die Laguna rein? Mein Junge, ich bekomme so viele Hits, Matteo Ja, wir haben eh schon die Runde Also, dann eh die Auflage schon Glaube ich, hoffe ich Ja, wirklich schon Hoffentlich gehen wieder strudeln Nein, gehen nicht Ja, wie wollen wir denn hier rühren? Ja, die gehen? Ja, ich will den Tippen holen Ja, ich schieß doch mit einer Flair Ah, er ist genug Ab ihn Ja, lass ihn Wird jetzt eh gefressen vom Heil Hoffentlich hat er was vernünftiges Ah, ist mir ja auch egal, wenn Ich stehe jetzt Ja, 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 ja Ja, egal Er hat irgendwas gehalten Matteo, ich verhälfe ihn Nein, wir haben es nicht geschafft Ich dachte, äh Nein, wir haben es nicht geschafft Oder? Hä? Ist so, hä? Okay Okay Ja, ich guck nochmal, was ich für Aufgaben jetzt machen muss Also bei Kommst heute wieder 14 Euro oder 16 Euro oder oder? Weißt du, was die Sands drum durchsuchen möchte ich? Ja, Matteo Matteo Ja? Kommst heute wieder 16 Euro oder ne? Okay Tschüssi Ich guck jetzt auf Ciao